Was ist eigentlich passives Einkommen? Nun, das kann ich ganz einfach sagen. Ich könnte die ganze Zeit hier so liegen, einen Monat lang, mich gar nicht rühren, einfach nur passiv hier rumliegen, naja, hin und wieder auf Platz zum Essen aufstehen und trotzdem würde Folgendes passieren. Schaut einmal. Ja, das ist doch was Tolles, oder nicht? Ja, das ist doch was Tolles.